Foto anmachen. Moment, Aufnahme läuft. Ich mache jetzt wieder den Videoteil dazu. Genau. Also alle, die jetzt hier nur hören, dürfen jetzt einmal rübergehen auf YouTube. Der Link ist dann in den Shownotes. Dort findet ihr nämlich die zugehörigen Bilder zu unserer Bilderbesprechung und alle, die jetzt auf YouTube sind und gerade sich wundern, warum das so mittendrin anfängt. Wir haben gerade schon eine gute Stunde geredet. Das findet ihr auf vrind.de im entsprechenden Podcast zum Hören. So, also, den Videoteil zum Podcast. Habe ich das nicht schön übergeleitet? Hörst du das irgendwo aufgeschrieben? Nee, das kam ganz spontan aus meinem linken Hirn. Geil. Wir haben drei Bilder. Also viele Bilder sind gekommen. Naja, können schon noch ein paar mehr sein. Also haut rein. Aber unter denen, die gekommen sind, habe ich drei Bilder rausgesucht. Das erste Bild heißt, Moment, ich nicht die Reihenfolge, die da ist, Holger, sondern, ich muss dir die Reihenfolge, wir fangen mal an mit, hä? Was? Was? Moment. Ich habe hier ein falsches Bild aufgemacht. Nee, hast du nicht. Ich denke auch die ganze Zeit, ich habe ein falsches Bild aufgemacht und die sind einfach beknackt, benamst. Wir fangen an mit Fischauktionen. Fischauktionshalle unter Wasser. Land unter ist das, ne? Land unter in unserer Tabelle hier, ja. Okay. Die Fischauktionshalle unter Wasser. Schodan F. hat dieses Bild hier reingestellt. Und naja, es ist wieder eine dieser Hamburger. Genau, die haben es gut. Die haben überall Wasser, was immer geil aussieht. Hochwasser und Wasser ist halt tatsächlich Wasser auf dem Boden. Also wir schauen quasi vorne rein in die offene Türe der Fischauktionshalle in Hamburg. Und da ist ja, Wasser auf dem Boden und vorne noch so ein rot-weißer Plastelbändel, dass man da nicht rein darf. Aber die Türe steht offen und es ist ein schön, also ich mag das Bild, es ist ein relativ, ich mache es mal ein bisschen größer, ein relativ simples Bild, es ist aber super schön symmetrisch. Die senkrechten Linien, die senkrechten wirkt sehr aufgeräumt. Dann hast du hinten noch diese diese Glas, wie nennt sich das? Bunt Glas. Fresco, nicht Fresco. Oh, Kirchenfenster halt. Stained Glass heißt es auf Englisch. Also bunte Scheibe aus einzelnen Teilen. Genau. Keine Ahnung, gibt es einen Falsch? Natürlich gibt es dafür einen Namen und der liegt mir auch auf der Zunge. Kirchenfenster halt. Ja, so können wir jetzt aber halt in Säkular. Ach, das ist peinlich. Wir haben da also eine, und dann halt die Wasserfläche, die da eigentlich nicht hingehört. Und ich mag so Bilder deshalb, weil sie so das Normale so ein bisschen unnormal machen. Also sie zeigen so Dinge, die so eigentlich … Nicht zueinander gehören. Nicht zueinander gehören. Ich mag ja zum Beispiel so, weiß nicht so, deshalb mag ich auch zum Beispiel so Filme von Tarkovsky, weil da hast du dann plötzlich irgendwelche Räume, in denen Sand auf dem Boden ist, der da nicht hingehört oder so. Also abgefahrene, eher surreale Geschichten. Und das hier, das hat was Surreales. Und deshalb finde ich es toll. Stimmt. Vom Optischen her, ja, ich weiß nicht, ob ich es noch ein bisschen anders belichtet hätte oder vielleicht auch nachbearbeitet hätte. Aber so die Symmetrie und so, das passt alles schon ganz gut. Das Flatterband macht mich irre. Absolut. Das macht mich komplett irre. Ich hätte das, glaube ich, abgerissen, bevor ich es fotografiert hätte. So, ein zweites Bild ist Donauquelle. Die Donauquelle. Jetzt muss ich schauen, ob ich die … Das ist die Donauquelle? Also ich meine, die Original-Donauquelle? Ich muss ja mal … Da fängt die Donau an? Das weiß ich nicht, ob da die Donau anfängt, aber … Das finde ich ja an sich schon vollkommen faszinierend. Stell dir mal vor, da … Das gibt es doch auch nicht. Sorry, das Video, das ist … Jetzt hat sich das Bild gerade etwas normalisiert. Ja, das so von Werbieg. Werbieg. Das ist die Donauquelle. Das ist ja krass. Ich weiß es nicht, aber es ist ein … Ich gucke gerade in der Wikipedia, da gibt es ein ähnliches Foto, das aber einfach nur wesentlich schlechter aussieht, weil das auch voller Menschen ist. Und die haben alle komische Klamotten an. Also wir sehen eine irgendwie eingefasste Wasserfläche, die ist quasi von einem … Ja, von so einem Fußweg umgeben, mit einem ornamentalen Geländer und unten in diesem … Ja, wie ein Brunnen sieht es aus so ungefähr, wie ein großer Brunnen sieht es aus. Da ist halt eine Wasserfläche, die unten unter Wasser beleuchtet ist. Da siehst du dann so verschiedene … Ja, was ist das? Seetang-artige Gebilde, so Moos und so Zeug, was da schwimmt. Ich habe wieder ein falscher Begriff wahrscheinlich. Seegras. Seegras. Nein, das ist eben nicht, weil es ist eine Quelle. Es ist irgendwas Grünes, halt unter Wasser. Und dann spiegelt sich in dieser Wasserfläche, die unglaublich glatt ist, also da ist kein Windchen und gar nichts, sondern das ist einfach ein Spiegel. Darin spiegelt sich wieder eine Kirche, die darüber thront, aber dann durch die Spiegelung darunter thront, sozusagen. Und diese … Auch das hat für mich was sehr Surreales, diese … Total, ja. Diese unter Wasser beleuchtete Landschaft mit diesem komischen … Ja, so ein Halbkreis von diesem … Ja, das ergibt halt alles keinen Sinn. Das Grüne und das künstliches Licht. hat gefahren. Was mich gerade vollkommen fertig macht, ist, dass es die Donauquelle ist, wobei, also kurzes Überfliegen der Wikipedia sagt, das ist jetzt, also es gibt viele Quellen, aber … Ja, wie gesagt, Donauquelle habe ich jetzt in der Form noch nicht gesehen. Total abgefahren. Und es ist mit einem iPhone fotografiert. Ja. auch 12 Mini mit dem Ultra-White-Kamerachen. Dieses, also was ja auch so ein ganz klassisches, wie nennt man das denn, Frustrationstoleranz-Test ist, ist eben so eine runde Struktur zu fotografieren, also dieses Halbrund, was ja den oberen Bildrand begrenzt. Wie … Wie richte ich das Ideal aus? Weil egal wie du, weißt du, egal wie du das Bild kippst, es ist immer schief. Ja, die Kamera, also A, die Kamera ist nach vorne gekippt, weil da wird ja dieses, diese Wasserfläche abgelichtet. Das heißt, wenn du oben mal schaust, diese, diese senkrechten, also hinter dem Geländer sind diese senkrechten … Weil das ist eh durch den Winkel so krumm. Was ich mag, ist tatsächlich das kleine Detail, dass das Bild oben durch den oberen Rand des Geländers begrenzt ist, aber trotzdem noch ein bisschen Rand nach oben lässt. Das fühlt sich dann nicht so rangeklatscht an. Das fühlt sich so an, als ob das so gehört. Also der obere, die obere Kante des Bildes. Tja. So, und das dritte Bild ist die Wache bei Regen. Das ist der Dom. Das ist so der Dom. Das ist doch … Das ist doch der Dom. Das ist doch … Das sind ich, das sind ich doch. Ist das der Kölner Dom? Das ist doch der Dom. Kann gut sein, weiß ich nicht. Und warum das die Wache … Achso, weil da eine Wache davor steht. Da steht eine Wache davor, ja. So, was sehen wir? Wir sehen also, ich sag mal … Die Domplatte. Die Kölner Domplatte vorne. Und das ist bei Nacht fotografiert. Das heißt, hier Dom ist von unten vorne, ist ja schön angestrahlt. Es hat geregnet. Was heißt … Und die Domplatte ist halt, das ist halt so ein Granitboden, ein relativ flacher Granitboden. Genau. Warum, weshalb auch die Skater sich da sehr wohl drauf fühlen und sich seit Jahrzehnten Wettrennen mit den örtlichen Behörden liefern. Ja, was sehen wir? Wir sehen die Spiegelung, also quasi die drei Tore, die drei Portale, die da groß und sehr hell sind, die sich dann sehr schön nach unten spiegeln. Das Ganze so senkrecht, also auch sehr aufgeräumt. Die Vertikalen sind vertikal und parallel zum Rand. Also das ist sehr aufgeräumt. Der Horizont ist nicht ganz in der Mitte. Das ist aber wieder gut, weil A lässt die Spiegelung von nach unten eh nach. Das siehst du, dann hört die da quasi vor dem Bildrand schon auf, weil das einfach durch den Bildwinkel ist. Und oben sind die Spitzen von diesen Dingern noch drauf. Das heißt, es hat so ein Vollständigkeitsgefühl. Dann ist das sehr, also es ist eine Langzeitbelichtung wahrscheinlich. Weiß ich noch nicht mal. kann ich gar nicht sagen. Also links ist ein Passant, also vor dem linken Tor. Der bewegt sich und steht scharf. Ja, das ist okay. Der ist so lang. Da ist aber wahrscheinlich auch total viel Licht und mit einer modernen Kamera, mit entsprechender ISO geht das. Ja, es ist sehr knackig, also auch von der Entwicklung her so. Das ist ein Google Pixel 6, mit dem das Foto gemacht worden ist. Das sind halt diese Gottverdammten Smartphones. Die sind echt cool. Ja, und dann durch eine etwas niedere Position, also ich würde sagen, da ist es Kniehöhe. Das ist Kniehöhe, also das ist so aus der Hocke gemacht wahrscheinlich. Auch mit so einer recht weitwinkligen Linse, würde ich sagen, kommt das schon, also irgendwie so, das kommt gut. Das ist, das ist, ja, sehr schönes Bild. Auch so schön, wo es schön warm auch. Naja, der, der, der warm ist, ist außenrum der Stein, weil da auch so, ich sag mal so gelblichere, so wahrscheinlich ein bisschen Natriumdampflampen sind. Und dann hast du aber, Sandstein und, ja eben. Und dann hast du aber diese drei Torbögen, die sind dann irgendwie kühler. Wobei ich nicht weiß, ob das ein anderes Licht ist oder ob da, äh, ob, wer war's, Christine, da bei Regen, äh, Quatsch, beim, beim, beim Nachbearbeiten nochmal irgendwie so ein bisschen an den Farben gezuppelt hat. Kann ich nicht sagen. Kenne das nicht. Persönlich. Also ich war da schon mal, aber nicht, nicht zu der Zeit und nicht bei so einem Licht. Ne, also das, in dem, in dem Licht, in der Stimmung kenne ich den Dom auch nicht. Aber das, wie gesagt, wie du sagtest, das muss nichts heißen, weil, wenn du, wenn du in Köln lebst, hängst du halt nicht die ganze Zeit auf der Domplatte rum, außer du bist Skater oder Bettler. Du bist. Also genau, so ein bisschen wie hier in Berlin, also wir fahren ja auch nicht ständig auf den Fernsehturm hoch. Warum meine ich nicht? Weil er da steht, ist ja morgen auch noch da. Ja, genau. Ich glaube, das ist echt so. Ich habe halt wirklich, ich habe, ich glaube, was, 14 oder sogar 17 Jahre hier leben müssen, um da überhaupt das erste Mal hochzufahren. Ich glaube, 14 Jahre waren es. Wenn man Besuch hat und endlich mal eine Stadtführung bucht in der eigenen Stadt oder so. Tatsächlich nicht. Ich bin hingegangen, habe gesagt, ich fahre da jetzt mal hoch. Solltest du mal machen. Das Ergebnis hatte ich in Tübingen. Da habe ich nach acht Jahren Tübingen, habe ich Besuch bekommen aus Amerika und dann so geschäftlichen Besuchen. Dann haben wir abends irgendwie in Tübingen was unternommen und ich habe halt so am frühen Abend quasi für die eine Stadtführung gebucht und bin dann so widerwillig quasi mitgegangen und das war total spannend. Das war richtig gut. Stimmt, müsste man eigentlich mal machen. Also nochmal zurück zu Christines Bild. Es gibt ein Subjekt, also eigentlich ist der Dom das Subjekt, weil der ist riesengroß und hell, aber dann hast du halt da diesen einen roten Mann da stehen, der da vorne wahrscheinlich irgendwie doch Wache steht oder so. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, um die Skater zu vertreiben. Und die andere Person links, die da noch so reinlatscht und dann hast du dann plötzlich doch, obwohl es sehr klein ist, ein Subjekt, weil es halt nochmal ganz anders ist als der Rest. Also schön. Wirklich gut, wirklich gut, ja. Ist auch wieder sowas, wo ich denke, hast du da drauf gewartet oder bist du da lang gelaufen, hast gesagt, boah, das mache ich jetzt mal schnell. Also ich persönlich hätte da wahrscheinlich einfach, ja, ich hätte gewartet. Also ich vermute, Christine hätte auch gewartet, bis das irgendwie so passt. Ja, aber es ist halt auch, es ist halt auch so ein Objekt, also der Dom, da läufst du halt auch ständig dran vorbei. Also du musst vom Bahnhof, vom Bahnhof in die Fußgängerzone, läufst du am Dom vorbei. Aber es kann halt auch genauso gut sein, dass es irgendwie so ein völlig spontanes Ding ist. Vielleicht hörst du das, Christine, und lässt einen Kommentar da. Genau. Kommentare auf vrind.de und das Posting zur Sendung. Und im Posting zur Sendung in den Shownotes findet ihr auch Formulare zur Einreichung von Fotos für die Bilderschau und ein Formular zum Einreichen von Fragen. Denn wenn es keine Fragen mehr gibt, stellen wir die Sendung ein. Und den Fototeil gerade am Schluss noch auf YouTube. Und den Link, den findet ihr auch hier, wenn ich nicht wieder verkacke, da den Link reinzutun. Chris Marquardt, vielen Dank. Klar doch. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Wer redet, ist nicht tot.